Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Gewinnspiel. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Gewinnspiel. Ja, die Spiele habe ich vorgestellt, Kinderspiel, die verlose ich gerne. Da habt ihr auf jeden Fall was davon. Und diese beiden Spiele, Tier auf Tier Junior, habe ich euch vorgestellt. Ein Stapelspiel für die Jüngsten. Es geht je nachdem erst einmal darum, die Tiere kennenzulernen, wie man sie auf der Rückseite erkennt. Aber dann zum späteren Zeitpunkt kann man dann auch die Kärtchen nehmen, beziehungsweise den Würfel nehmen und stapelt es je nach Feld, was der Würfel dann angeht. Also ein Spiel für die Jüngsten. Und dieses Spiel gibt es jetzt auch zu gewinnen als Paket zusammen mit einem weiteren Spiel, was ich euch auch schon vorgestellt habe. Maxis Memo, auch aus dem Hause Haber. Und wie gesagt, beide Spiele sind letztendlich ab zwei Jahre. Also durchaus was für den Spieleinstieg mit einfachen Elementen. Und bei Maxis Memo geht es um Kärtchen. Drei unterschiedliche Farben. Ich zeige es nochmal hier ein bisschen, dann sieht man es dann auch. Und bei diesem Spiel geht es darum, die passenden Kärtchen zu finden. Ihr könnt es gegeneinander spielen. Ihr könnt es aber auch als kooperative Variante dann spielen, wo dann letztendlich auch die Spielfigur früher oder später über die einzelnen Teppichfelder ins Bett hüpft. Und dann ist auch Feierabend. Je nachdem, wenn es abends spielt für die Kinder und solche Spiele, haben wir früher und etliche ähnliche Haberspiele auch gerne genutzt, um es abends mit den Kindern zu spielen. So, diese beiden Spiele als ein Paket könnt ihr gewinnen. Wie lange das Gewinnspiel geht, alles Infos dazu seht ihr in der Beschreibung. Ja, schon wieder ein Gewinnspiel, aber ich habe es ja gesagt, gerade die Kinderspiele, die stelle ich euch vor. Aber meine Kinder sind ja schon zu alt dafür, aber ihr wisst dann auf jeden Fall Bescheid und ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese beiden Spiele zu gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Klar, ein wichtiger ist es natürlich, dass ihr einen Kommentar hinterlegt. Alles weitere findet ihr in der Beschreibung als Hinweise, wie lange das Gewinnspiel geht. Und mich würde mal interessieren, wenn ihr die Playliste kennt, ab zwei Jahre oder drei Jahre, habt ihr da schon ein bisschen drin gestöbert. Könnt ihr optional gerne in die Kommentare schreiben. Und welche dieser Spiele haben da euch besonders gefallen? Viele der älteren Spiele gibt es ja nach wie vor im Handel. Das Videoformat von damals war ein bisschen anders. Ja, es hat sich doch ein bisschen gewandelt bei uns vom Zimmer, vom Hintergrund etc. Aber ihr könnt es gerne mal reinschreiben. Ich habe viele der alten Videos auch zuletzt wieder angeguckt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, die Kinder zu sehen. Wie wir damals gespielt haben, wie ich Spiele vorgestellt habe. Und was sind denn eure Favoriten? Oder was spielt denn ihr gerne mit eurem Kind, zwei-, dreijährigem Kind? Ich würde mich freuen, wenn ihr es optional, je nachdem noch, in die Kommentare dann ergänzt. Das als Information, weil ich denke, durch die Kommentare können andere dann reinschauen. Profitiert ihr auf jeden Fall auch nochmal von solchen Informationen. Ansonsten, wie gesagt, alle Infos dazu in der Beschreibung. Jetzt wünsche ich euch natürlich auch viel Glück mit dem Gewinnspiel. Wie gesagt, das Ganze als ein Paket. Ich sage danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. Ь unicorn размер Musik Musik Bis zum nächsten Mal.